Wir sind heute beim KIA-Dreh für die Bundesliga-Sponsorings, die wir letztendlich im Rahmen unseres kreativen, individuellen Konzepts am Anfang an als Brand Consulting begleitet haben. Heute Drehtag für unsere individuellen Sponsorings mit Sebastian Hellmann, was natürlich immer für jeden Kreativen eine tolle Sache ist, einfach zu sehen, wie eine Geschichte wächst, wie es größer wird. Tippitoppi. Verstattende Tür zu, ne? Sky ist sicherlich der Partner, wenn es um Fußball geht in Deutschland. Das war für uns sicherlich eine bewusste Entscheidung, das Thema weltweite Sponsoring FIFA und UEFA auszurollen, also das Thema zu kapitalisieren. Wir haben den Tag in der Werbung wie jeden Tag begonnen mit zwei Flaschen Maria Krohn und hatten dann ad hoc die Idee, Ne, wir haben das Briefing auf den Tisch gekriegt, dass wir eine Kampagne machen sollen, ein Präsenter-Konzept für eine Kooperation zwischen KIA und Sky. Wie ist die Aufstellung heute? Wie ist die Aufstellung heute? Sieht rechts, sportet links und wir beide in der Mitte. Sicherlich war das ganze Thema Hellmann oder Hellmann-Paket sicherlich auch der Trigger, dass wir auch aufgesprungen sind und haben gesagt, okay, das fanden wir super, die Idee, die Konzeption, mit Sebastian Hellmann reinzugehen, eben um diese Emotionalisierung über eine Person nochmal zu verstärken. Das ist ein guter Partner, gute Partnerschaft für Sky und für KIA, glaube ich. Das passt gut zusammen und deswegen haben wir uns ja alle so viel Mühe gegeben, so viele kleine Geschichten auszuarbeiten und die heute umzusetzen. Und zwei haben wir jetzt, ein paar Erfolgen noch. Da wir wussten, dass wir das mit Herrn Hellmann zusammen machen, haben wir überlegt, er bräuchte eigentlich einen Gegenspieler oder einen Part, mit dem er sich so ein bisschen kabbeln kann. Also es sind ja sehr lustige Konzepte, die man sich hier so ausgedacht hat, haben natürlich jedes Mal die Möglichkeit, eine kleine lustige Geschichte zu erzählen. Mit Sebastian und Lou ist das eine Freude zu arbeiten, man hat das ganz toll. Dafür, dass wir uns heute zum ersten Mal über den Weg laufen? Ja. Aber Lou ist Ex-Fußballer. Und bitte. Viel Spaß mit der Bundesliga auf Sky, präsentiert von KIA. Und der Tipp für heute? Fahren Sie endlich einen KIA. Stopp. Danke. Ich finde es eine tolle Sache zu sehen, wie toll wir auch Kunden wirklich hier bei uns auf dem Sender bringen können und macht Lust auf mehr.